Das ist noch... 100, glaube ich. Ich kann alles auswählen. Nehmen alle den Wiederinstieg frei extra. Gerade haben wir viel gebraucht. Ne, jeder kann ihn ja nutzen. Gerade haben wir zwei oder drei gebraucht. Doch, wir haben ja gerade zwei oder drei gebraucht. Und für den Honi ist schon krankt. Ja, ist ein guter Preis. Das ist ja was, eh teuer. Und die Granate für auch 100. Oder 200 sogar, ich weiß gar nicht. Ah ne, 100 kostet die Granate. Und die Packages zu meinem Kauf. Der Typ mit dem Schild ist bereit. Ne. Das kostet mehr als... Das kostet 200er, oder? Viel Glück und Weifahrzeit. Von eben. Ne. Gehen wir... also wir wissen... Wir wissen ja, wo es verrückt ist. Markierung gesetzt! Gehen wir dahin, wo es verrückt ist, oder nicht? Ne. Hier ist verrückt. Da ist verrückt. Gehen wir dahin. Ich hab mir schon nicht drauf. Gehen wir unten durch. Da ist verrückt. Gehen wir dahin. Da ist verrückt. Ich hab mir schon nicht drauf. Gehen wir unten durch. Gehen wir unten durch. Sie müssen irgendwo da draußen sein. Hey, da sind Dattelaufwerke. Ich hab ein Laufwerke gesichert. Ich hab ein Laufwerke gesichert. Ich hab ein Laufwerke gesichert. Wir werden getrackt. Der Feind hat unsere Laufwerke gesichert. Ich würde sagen... Wir nehmen den Aufzug. Ja. Let's go. Let's go, let's go. Take this. And now we wait upstairs and kick the restes. Ich bin der Geilste. Du musst dich bewegen. Ich hab ein Laufwerke gesichert. No problem. Warum? Halt durch. Hey, komm mal her, Falk. Ich bin der Geilste. Du. Du. Das war das. Ich hab eins gegrappt. Das war das. Das wegpunch. Da kommt ein Rumpf. Alright. Hinter mir. Lauf rein. Lauf rein. Runter. Sie sind hier. Unten. Schön. Bisschen mehr. Links. Bei mir. Hier. Wir müssen hier weg. Wir werden so hart gechased, glaube ich. Ne, wir haben noch stärken gekriegt. Ich bin... Okay, ich bin links außen rum. Oh, shit. Ja, Mann. Warte, ich komme zu dir. Warte eine Sekunde. Danny, ich würde dich eigentlich gerne zurückholen, ne? Warten wir hier. Oh, wenn so hart gechased, das geht hier gerade ab. Hier, Wara! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh, bitte. Wie bitte. Ich dachte schon. Wir müssen weg. Gehen wir weiter hin. Oder wieder runter. Runter, ich geb... Oh, alright. Komm hoch. Oh, shit, Mann. Zwei habe ich. Boah, shit. Shit, 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 shit. Kann ich hier runter? Der Feind fordert Verstärkung an. Kann ich hier runter? Komm her, Mann. Ich habe ihn... eure Laufwerke gescannt. Seht zu, dass euer Signal sendet... Ich lebe noch. Ich bin hier... ...nur noch am schwitzen. Jemand trackt unsere Laufwerke. Oh, Digger. Eure Verstärkung tritt am Signal ein. Unsere Gegner fordern Verstärkung an. Ihr müsstet ihr Signal sehen. Atme weiter. Wir treffen uns in der Extraction, oder gehen wir irgendwo ganz woanders hin? Ich will hier nicht mehr sein, wo's abgeht. Alright. Ja, die Extraction wäre da drüben. Wir... Wir können... Grüner Ping sind sie. Oben auf dem Dach. Lass dich nicht schneiden. Ich wurde gescannt. Ich werde gehuntert. Eure Verstärkung ist angekommen. Eure Verstärkung ist angekommen. Der Feind vor eurer Verstärkung an. Das ist doch ganz egal. Zwei bei mir. Zwei bei mir. Zwei bei mir. Ich brauch euch. Einen hab ich nochmal. Ich brauch euch. Einen hab ich nochmal. Fuuuuck. oh shiiiit ich bin tot schön mann danke danke oh shiiit granate! bessere granate wo ist noch einer oder? die extraktionszone im auge luftfahrzeug im anflug oh shiiit war das super mann hier hast du wieder zwei spotter wenn du durch wirst schön, schön super oh shiiit da kommt der sturm wir könnten den sturm nehmen und zur extraction fliegen dann schaffen wir die erste luftfahrzeug im lande abflug wenn ihr raus wollt kommt in die zone wollen wir das versuchen die extraction ist richtung a hier hinten in der luft vielleicht kommen wir übers dach vorsicht an der markierung ich bin schon dicht dran wir haben hier auch da kommen wir es landet gerade ich glaube die parken wir nicht extraktionsmaschine setzt zur landung an ok ok mhm an der extraction glaub ich oh shiiit ja die ist gleich gelandet aber da sind bestimmt die noch ein laufwerk noch ein laufwerk gute arbeit eine feindliche comandoein wurde aus der zone ausgeflogen die Geben wir mal, bleib mal jetzt in Deckung, wirf da nochmal Bälle hin. Müsste doch was abgehen, oder? Legt man schon in... 010 Grad, 90 Meter von meiner Position. Die Rechtsmüs... also wenn Rechtsrecht umlaufen... Wichtig ist, die Links versuche ich auf eine Seite zu drücken. Eine weitere Kapsel vor dem ersten Laufwerk ist unterwegs. Hier vor mir, das wär Wahnsinn. Hier ist Moni, bei mir, Danny, wenn du mitkommst. Den AI in der Kapsel stress ich. Ich hab ihn. Waren es alle. Nice. Ich hab einen Verstärkung an. Such nach dem Signal. Nächstes Tag, Laufwerk gesichert. Laufwerk gesichert. Gehäuse intakt. Hier vor uns ist auch nochmal eine Kapsel. Relativ nah, geradeaus. Gehen wir hier lang. Mehr Kohle. Hier vor uns kommt die jetzt gleich. Noch 200 Meter oder so. Roter Rauch, vor uns, bei den Bäumen. Ja. Ja. Ich geh wieder, ich geh wieder mit nem Schild ran und drück sie von links zu rechten bislang. Hab keine? Kann keine werfen gerade. Nooo. Nooo. Ne. Aua, das ist voll zum richtigen Arsch. Wir sollten noch relativ ungestrischt. Los, geht hier! Die letzte Extraktionsmaschine ist unterwegs. Alright. Menschen, 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 Menschen. Menschen. Du brauchst das. Oh, egal. Ich hab einen von ihnen. Nein. Zweiter hat mich. Das Wright hat mich. Oh, der Kapsel, glaub ich. Ist bei mir auf der Leiche irgendwo. Ja, ich versuch. Hinter euch! Hinter euch! Schön, ihr werdet von AI flankiert. Wie mies ist das denn? Nein. Gebt den Deck auf! Gebt den Deck auf! Gebt den Deck nach! Bitte sehr auf! Merci, Merci! Kann dir helfen? Hinterbüro. Hier ist es nicht sicher! Genasi wird geboren! Boah, ich leb wieder, aber der AI dahinten. Jetzt. Den einen hab ich. Es sind noch mehr. Aha, ich muss die Visier ändern. Munition! Ich hab Nachschub! Daniel, kannst hier die Kapsel resicken. Du kommst zu der Position dort vor! Schön. Hier rechts sind sie auch noch. Mit draußen ist es gefährlich! 290! Distanz 100! Die sind mit... Ja, der hat einen Ranger. Hier sind noch Laufwerke, Danny. Zwei Stück. Ja. Hier liegt auch noch eins. Äh... Ist dann nicht voll. Noch ein Laufwerk. Gute Arbeit. Oh, was für ne verrückte Runde, Mann! Richtig geil! Hoho! Mhm, sind relativ close. Nehmt euch Munition! Wir werden gejagt! Ja, lass mal sammeln. Bleib mal hier. Doch, doch, doch. Also die hier schon. Bleib mal ein bisschen stehen hier, dann kriegst du drei auch. Ja. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Versuchen wir hier irgendwie... Boah, ist weit drauf zu. Ist halt richtig aggro. Wir können hier unten durch. Ja, gehen wir unten durch. Ja, von dem Dach glaub ich. Hüpf. Nice. Naja, vom höchsten Dach. Bei F. Wo normalerweise F ist. Oh shit. 50 Sekunden. Da müssen wir richtig ran. Ich hab zwei Nades. Also zwei Smoke. Schmuck. Boah, die sind oben. Geht's ihnen nirgendwo? Entspannter Hoch, man. Shit. Shit. 30 Sekunden. Das wird... Oh, schöner Spot. Aber das wird... 20 Sekunden. Das wird... Das Fenster schließt sich. Antworten mit euch. 15. 14. 80 Meter. Extractionsmaschine muss starten. Na, na, ist er gewusst? Nein. Nein. Ja, es wird... Nein. Nein. Doch, Extraction läuft. Ja, aber ich war kurz drin. Ich war kurz drin. Oh shit. Oh shit. Aber nur der Phil hat bei mir drei Datenaufwerks extrahiert übrigens. Oh, 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 oh. Aber nice. Das war verrückter Shit.